Musik Grüezi miteinander, mein Name ist Bruno Bühler, ich bin Quartvereinspräsident von Willisau und in dieser Funktion auch OK-Präsident vom Städtisommer 2024 hier, unserem wunderbaren Städtli Willisau. Wir haben hier unseren Flanier-Samstag dieses Jahr, der eingebettet ist im Städtli, den wir alle Jahr durchführen. Und dieses Jahr haben wir dann wieder den Städtisommer eingebettet, wo wir am Samstag den ganzen Tag autofrei haben und uns hier präsentieren, Gärte Willisau und natürlich auch musikalische Unterhaltung. Städtisommer führen wir durchführen, um Städtli zu beleben. Wir haben hier wunderbare Ambiente bei uns hier in Willisau, wo wir uns präsentieren können und wo wir auch das Gefühl haben, zu planieren, geniessen, Freunde treffen, dass das hier passt in den Städtli-Innen. Ja, der Städtli-Sommer ist ein wenig aufgeteilt in drei Wochenende dieses Jahr. Wir haben vor allem heute, das ist eigentlich der Haupttag, wo wir den Planiersamstag haben, wo wir den ganzen Samstag autofrei haben, wo wir auch Gewerbe, Gewerbetriebene von außerhalb des Städtli haben, und auch hier darf ich kurz stellen. Wir haben rund acht oder neun Gewerbetriebene, die von außerhalb aus ein Städtli kommen und dann natürlich alle, die im Städtli den Laden haben, die ihre Produkte anpreisen können. Zusätzlich arbeiten wir auch mit Vereinen zusammen. Wir haben auch Vereine hier, die ihren Verein vorstellen können, die zeigen, was sie machen können, die auch etwas verkaufen dürfen. Einfach um Städtli zu beleben, das ist eigentlich das Hauptziel auf unserem Planiersamstag. Das ist eigentlich das Hauptziel.